grüß euch freunde herzlich willkommen auf meinem kanal heute wieder ein test video und hier geht es halt um die artikel yin und yang 45 sekunden brenn dauer haben die beiden und kosten je 399 finde ich persönlich beide absolute kaufe empfehlung ich finde die geil gerade weil die auch so ein überraschungseffekt beziehungsweise so ich sag mal sowas wie so ein entschlag dennoch haben zwar der aus dem effekt crackling besteht aber dennoch massiv ist also ich finde den geil ja schaut mal selber und sagt mir mal was ihr von den beiden artikeln hatte jen und yang so Das ist ein guter Sound. Das ist ein guter Sound.